Gedanken Kompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz, denn Erkennen ist krasser als Tun. Moin Tag, Mahlzeit, du weißt schon, irgendwoher, heute ist Mittwoch und mein Podcast kommt wieder raus und ich spreche heute zum Beispiel mal über das Vergleichen, denn du weißt ja, es wird überall in der Coaching-Szene und in fast jedem Coaching-Buch geschrieben, gesagt, fabriziert, du sollst dich nicht mit anderen vergleichen. Krass, ne? Und dadurch, dass ich ja letzten Mittwoch diese Folge hatte mit dem Ego und der Egozentriertheit unserer Welt, ist das ein großes Problem, denn wenn ich dir jetzt sage, du sollst dich nicht mit anderen vergleichen, dann tappst du ja wieder in die Ego-Falle, denn du hast ja nur deinen Ego, also du hast ja nur dich, worauf du gucken kannst und das ist zum Teil okay und zum anderen Teil, wenn du so ein bisschen daran liegst, dich viel zu ernst zu nehmen in deinem Leben, dann ist das nicht gut. Ganz im Gegenteil, dann fördert das tatsächlich Krankheiten und dementsprechend möchte ich heute einmal damit kurz nochmal, ja, mit diesem Mythos, den Mythos mal so ein bisschen verschwinden lassen und ich möchte ein bisschen, ja, über dich und wie du tatsächlich, ja, eine gesunde mentale Stärke bekommst mit dir heute reden. Also, wenn wir über Selbsterkenntnis reden, dann gibt es nur einen Schlüssel und ich werde nicht müde, das zu sagen, der Schlüssel heißt Klarheit und in der Klarheit liegt Wahrheit, ja, es ist tatsächlich eine der wichtigsten mentalen Medizinen, gibt es das? Medizinen? Also, du weißt, was ich meine, ne? Der ist eine der wichtigsten, oder ist die wichtigste mentale Medizin, damit du mit dir ins Lot kommst, damit du genau das bekommst, was alle versprechen. Diese ganze Geschichte mit Ruhe in dir selbst, ne? Bau deine Resilienz auf, verstärke deine Führungskompetenzen und solche Geschichten, da geht es nur um Klarheit und um Wahrheit, denn wir, und das habe ich ja gesagt, wir neigen ja ganz häufig dazu, uns selbst zu überschätzen, sondern, ja, und es geht hier, dass du dir klar machst, was sind denn meine Stärken und was sind meine Schwächen und dazu musst du dich vergleichen. Und das große Problem beim Vergleichen ist, dass wir alle aufgehört haben, wirklich richtig zu vergleichen. Und deswegen wird das laufend gesagt, weil nämlich die meisten Menschen völligen Mist vergleichen. Und da du ja meinen Podcast hörst, wirst du ab heute intelligenter vergleichen. Also, natürlich nur, wenn du es anwendest und natürlich nur, wenn du es wirklich verstehen willst, was ich hier sage. Okay? So. Ob, ne, ist die Frage, ist ein Apfel groß oder klein? Jetzt mal im Ernst, diese Frage ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay? Bist du groß oder klein gegenüber jemandem anderen Menschen, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Etwas ist nicht groß oder klein, sondern immer größer oder kleiner als etwas anderes. Okay? Das ist ein riesengroßer Unterschied und das solltest du immer wieder, wenn du dich anfängst, die anfängst zu vergleichen, dir bewusst machen, du bist entweder größer als oder kleiner als. Denn ein Apfel ist größer als eine Kirsche und kleiner als eine Melone. Okay? So. Das ist ein Vergleich. Und nicht, ein Apfel ist groß oder klein. Ja, weswegen? Ist doch völliger Bullshit. Also bist du größer als wer? Bist du kleiner als wer? Und hast du genau den gleichen Lebenslauf gehabt wie diese Person? Ja? Ich kann doch auch mich hier in meinem Business umgucken und sagen, okay, Coachingmarkt ist so, ich sage mal, seit zweieinhalb Jahren ziemlich am Ende. Also das, was ich so mitbekommen habe, bei ein paar Leuten läuft es. Warum läuft es bei denen? Die haben ein Team. Ja, und jetzt kann ich anfangen, mich zu vergleichen und gucken, was haben die? Also welche Kompetenzen, welche Stärken haben die? Und welche Schwächen haben die? So. Ich bin für mich allein gestellt. Also eine meiner Stärken ist, ich sorge für mich selbst. Die Personen, bei denen es gerade auch läuft und die wirklich viel, viel Geld investieren in Werbung, die haben ein Team, das sie bezahlen müssen. Die haben andere Verantwortung als ich. Das, was diejenigen, bei denen es gerade läuft, auch tun, ist folgendes. Die bieten ja gar keine Coachings mehr an. Wenn du dir die Größten oder die Großen oder die Größen dieses Businesses mal anguckst, die sind alle umgeschwenkt und bieten Coaching-Ausbildungen an. Das ist ein Riesenunterschied und übrigens auch ein Zeichen, das bei ihnen nicht gut läuft. Nur mal so am Rande. Wenn du schon vergleichen willst oder wenn du schon mit mentaler Intelligenz unterwegs sein willst, dann solltest du gucken, wann sich der Markt verändert und welche Angebote sich verändern. So, also nochmal, vergleichen ist wichtig. Im Leistungssport gibt es überhaupt keine Leistung ohne Vergleich. Überleg mal ein Fußballspiel ohne Vergleich. Das ist völlig langweilig. Ja, die Leute wollen sich vergleichen. Die wollen Tabellen haben. Wir brauchen das. Wir brauchen einen Vergleich. Also solltest du anfangen, damit du dich vergleichen kannst. Und das ist das Wichtige. Und deswegen wird das auch in meiner Szene so rausposaunt, dass du dich nicht vergleichen sollst, weil nämlich alle etwas wissen, aber nicht sagen. Weil sie nämlich keinen Arsch in der Hose haben. Die sagen nämlich nicht, die meisten von euch belügen sich. Du belügst dich, wenn es um dein Selbstbild geht. Denn wenn du da noch nicht drin gearbeitet hast und wenn du nicht gelernt hast, ehrlich mit dir umzugehen. Und die meisten können es nicht, weil es nämlich eine verdammte Einstellung unseres Gehirns ist. Das ist eine biologische Geschichte. Da musst du gegen angehen. Also da musst du ja aktiv lernen. Das ist wie aktiv Fahrradfahren. Ja, du bist ja auch nicht rausgegangen, hast ein Fahrrad gesehen, hast dich draufgesetzt und hast gesagt, okay, kann ich Fahrrad fahren. So, also deswegen wird das gesagt, weil die meisten Leute sich total unglücklich vergleichen und dumm vergleichen. Es geht darum, dass du eine vernünftige Eigenwahrnehmung entwickelst, dass du deine Grenzen kennst, dass du weißt, wer du bist, was du kannst und was du nicht kannst. Dass du weißt, was du magst, dass du weißt, was du liebst, dass du weißt, wo du hin willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten brauchst du dich gar nicht vergleichen. Denn, ja, wenn du nicht weißt, was du vergleichst, kannst du es nicht vergleichen. Ja, das ist, ja, wenn du nicht weißt, wie ein Stein aussieht, kannst du einen Stein nicht vergleichen, sagen wir so. Ja, so, also. Nein, du bist kein Stein, ich weiß. Nur damit dir klar ist, ja, dass du, oder wie willst du einen Stein vergleichen. Ja, aber naja. Also, wenn du dich vergleichst oder vergleiche willst, die dich unglücklich machen, weil dein Ego zum Beispiel nicht verträgt, dass du mal die zweite Geige spielst, den zweiten Platz anlässt, dann ist das ein Warnsignal für ein falsches Selbstbild deiner selbst. Nochmal, wenn du dich mit jemandem vergleichst und es nicht aushalten kannst, der oder die Zweite zu sein, dann ist das ein Warnsignal. Dann vergleichst du dich falsch. Okay? Denn, nein, natürlich musst du nicht immer die Erste oder der Erste sein, sondern es geht darum, kannst du das aushalten, vom Gefühl her. Kannst du es aushalten, nochmal der Fünfte, die Fünfte zu sein oder die Zehnte? Denn, wenn du das nicht kannst, dann hast du ein übertriebenes Bild von dir selbst und deinen Fähigkeiten. Es tut mir leid, ja. Ich weiß, derjenige, der die Wahrheit überbringt, die Boten und so, ich weiß das auch, ja. Trotzdem sage ich das, weil ich immer wieder auch von Kollegen und Kolleginnen höre, dass sie sich nicht trauen, das mal öffentlich und laut zu sagen, sondern die formulieren immer drumherum. Lies mal solche Texte im Netz mit dem Wissen von jetzt, dann wirst du sehen, die formulieren alle fantastisch um den heißen Brei herum, weil sie sich selber nicht trauen, denn es geht ja auch darum, Kunden zu bekommen. Und ich meine auch hier so ein Podcast oder so ein Videopodcast oder was, wenn du schreibst, es geht ja nicht immer um den Inhalt. Es geht ja darum, dass du mich magst. Es geht darum, dass du Vertrauen zu mir aufbaust, dass ich sympathisch bin, dass du sagst, hey, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu mir an. So, und das ist natürlich so eine Sache, wenn jemand dir sehr ehrlich etwas sagt und sagt, hey, da machst du aber richtig, richtig Mist. Oder jemand sagt, ja, also, wenn du da jemanden kennst, der eventuell auch so ein Problem hat, ja, das ist ein Riesenunterschied. So, dementsprechend, wenn dir meine Art nicht gefällt, dann tut es mir leid. Wenn dir da meine Art gefällt, dann zum Beispiel können wir beide fantastisch miteinander arbeiten, wirklich richtig gut. Denn wenn dir meine Art gefällt, kannst du dich blitzschnell auf mich einlassen und ich kann blitzschnell die richtigen Fragen stellen. Ja, ja. Ja, gestern schon wieder gehört, man muss da irgendwie. Also, wenn du dich richtig vergleichen willst, darfst du ein paar Dinge lernen. Also, erst dich selbst kennenlernen, okay? Das, was ich eben schon gesagt habe. Dann solltest du Akzeptanz, so Entspannung, ja, sei doch mal entspannt, wenn du dich vergleichst. Nimm dich nicht zu ernst, das ist das Wichtigste, ja. Wenn du dich vergleichst, dann akzeptiere mal, oder schaue, dass du akzeptieren kannst, auch die Zweite oder Dritte oder Vierte zu sein. Schau mal, dass du entspannt dabei bist. Und auf der einen Seite. Auf der anderen Seite braucht es aber auch im Vergleich etwas, und das habe ich eben angesprochen, so eine gewisse Aggression. Ja, Nein sagen ist aggressiv. Komme ich gleich nochmal drauf. Also, du brauchst einen gesunden und konstruktiven Umgang mit deiner Aggression. Und jetzt mal ganz im Ernst, da ist es mir fürchterlich egal, was die Menschen da draußen erzählen. Ja, dass wir nicht mehr aggressiv sind, ist Bullshit. Frauen und Männer tragen eine Aggression in sich. Du trägst eine Aggression in dir. Du kannst noch so harmonisch sein. Du kannst noch so zu allen Leuten sagen, hey, ich bin total friedlich, und vielleicht habe ich ja damals Wehrdienst verweigert. Alles gut. Ja, hast du gemacht. Ja, aus einer Überzeugung. Aber Aggression trägst du in dir. Jeder trägt Aggression in sich. Ja, und wer das zum Beispiel nicht akzeptiert, der hat ein riesengroßes Problem. Komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Nur jetzt nochmal dahin. Also, bitte schau, dass du guckst, dass du dich akzeptierst, dass du entspannt bist, wenn du dich vergleichst, dass du so in so einem Influss sein reinkommst. Und dass du eine gesunde, konstruktive Aggression hast. Ja, wenn du nämlich beide Seiten im Griff hast, dann kannst du alles machen. Da brauchst du kein Training mehr, da brauchst du gar nichts mehr. Dann kannst du alles machen. Dann bist du eine super Führungskraft, du bist oder Führungspersönlichkeit. Du kannst gründen, du kannst deine Ziele erreichen, du kannst dich durchsetzen, du kannst flirten, du kannst eine gesunde Beziehung führen, wenn du diese Dinge im Griff hast. Und wenn du nicht Nein sagen kannst, dann hast du keinen guten Umgang mit deiner Aggression. Ganz klare Kiste, dann nimmst du diese Aggression raus. Denn du gehst diesem unbewussten Risiko eines Konflikts natürlich aus dem Weg. Und das ist natürlich auch schon mal in Ordnung, weil wenn wir das nicht täten, würden wir uns hier auf der Straße ständig, du weißt. Aber es geht darum, wie häufig machst du das. Denn du solltest eine Sache wissen. Wenn jemand kein echtes Ja sagen kann, kann er auch nicht richtig Nein sagen. Umgekehrt, wenn du nicht Nein sagen kannst, kannst du nicht Ja zu dir sagen. Das ist doof. Also nochmal, wenn du nicht Nein zu anderen sagen kannst, kannst du nicht Ja zu dir sagen. Und das ist ganz schön blöd. Denn wenn du das nicht tust und nicht kannst, trägst du deine Aggression, deine Konflikte in dir selber aus. Und zwar die ganze Zeit. Und das ist ungefähr so, als würdest du jetzt gleich losgehen, mal die Herdplatte anmachen, warten, bis die so richtig schön glüht. Ich hoffe, du siehst das, dass die so glüht. Und dann legst du mal genüsslich, ganz in Ruhe mit einem, ja, mach das so. Und du machst noch eine Schüssel mit Eiswasser, da tust du deine rechte Hand rein und mit deiner linken Hand legst du dich genüsslich mal auf die Herdplatte. Weil du kühlst ja, ist ja Ausgleich, weißt du. Rechts kühlt, links warm, kann ja nur muckelig werden. Und das machst du in deinem Kopf und das machst du in deinem Gehirn die ganze Zeit, wenn du Konflikte mit dir selber austrägst, wenn du nicht Ja zu dir sagen kannst, wenn du dich nicht ordentlich entspannen kannst, dann, oder nicht entspannen kannst, wenn du dich nicht ordentlich vergleichen kannst, dann machst du genau das. Und für alle, die jetzt losgegangen sind Richtung Herd, lass das bitte sein. Das ist eine Erfahrung, die braucht ihr jetzt nicht nochmal machen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht, dass wir uns irgendwo verbrannt haben. Und wenn du dich nicht ordentlich vergleichst, du kannst nicht die Zweite sein, du vergleichst dich immer so, dass es dich stört, dass du anfängst schmerzen, du machst dich kleiner. Und die Vergleiche verhindern, dass du Ja zu dir selber sagst. Also Ja, ich bin toll, ich bin gut, ich bin so gut, wie ich bin und ich kann meine Ziele erreichen. Wenn das das alles verhindert, dann gibt es so ein kleines Mantra, das du dir jeden Tag sagen kannst. Du kannst dir einen Spiegel hängen. Du kannst dir sagen, ich habe das Recht zu sein, wie ich bin, wo ich bin und wie ich bin. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich. Du hast das Recht. Nochmal, du hast das Recht zu sein, wer du bist, wo du bist und wie du bist. Okay, und dieses Recht zu haben, da komme ich dann nächste Woche drauf. Guck mal, wahrscheinlich komme ich da drauf, denn da gibt es auch noch so ein paar Stolperfallen, die ganz viele Menschen machen, die sein und haben nicht, ich sage mal, trennen können beziehungsweise denken, das sei das Gleiche, wo wir wieder bei Intelligenz sind. Also, für dich ist Vergleichen gut, wenn du dich selber gut kennst. Und dich selber gut kennenlernen, das geht nur mit einem Spiegel. Das geht also nur mit einer anderen Person. Das geht nur mit jemandem, der ausgebildet ist. Ja, das geht nicht mit Freunden, das geht nicht mit einem Pastor, das geht mit niemandem, das geht mit jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, dich zu spiegeln. Denn alles andere, du kennst vielleicht noch diese alten Jahrmarkt-Spiegel, wo du zu dick drauf ausgebrauchst oder zu dünn oder so. Das sind die Leute, die dich spiegeln, die nicht ausgebildet sind. Also, wenn du dich selber kennenlernen willst, wenn du einen guten Umgang mit dir haben willst, damit du in Zukunft gute Entscheidungen treffen kannst, wie einen guten Vergleich zum Beispiel, dann melde dich. Und ansonsten wünsche ich dir heute einen wunderbaren Tag und sage, bis dann. Und ansonsten wünsche ich dir heute einen wunderbaren Tag und sage, bis dann.